Aber ich glaube, an der Stelle waren wir Sakiya schon gewesen, eben. Ja, hier waren wir doch auch schon gewesen wegen der Quest von Virgil. Aber zu gucken, ob es hier was Neues gibt, müssen wir auf alle Fälle mal. Es gab ja immerhin auch hierbei eine Tür, die wir nicht öffnen konnten. Hey, warte mal, wieso habe ich jetzt nicht meine Krabbenfähigkeit? Aber trotzdem, es gab immerhin eine Tür, die wir nicht öffnen konnten. Hier beim Naturinstitut oder bei der Naturphilosophie-Club, wie auch immer. Vielleicht würde es ja dort eine weitere Quest geben. Allerdings bin ich mir hierbei jetzt auch nicht so ganz sicher, wo genau. Okay, von hier aus gesehen waren wir schon. Aber wo war denn, er sagt, jetzt hier der Weg weitergegangen? Und wieso? Ah, ja, ja, wir sind jetzt wieder aufgetaucht, haben unsere Fähigkeit wieder verloren. Naja, aber höchstwahrscheinlich eine Tür, die wir, er sagt, nicht öffnen konnten. Während der Quest mit Virgil, die werden wir höchstwahrscheinlich wohl jetzt, er sagt, auch nicht öffnen können. Na, die Tür hier hatten wir, er sagt, noch nicht, aber da fehlt uns immer noch ein Schlüssel. Aber wo es, er sagt, jetzt hier einen Schlüssel gibt, ist natürlich auch noch eine gute Frage. Naja, aber höchstwahrscheinlich gibt es jetzt hier wohl erstmal nichts. Tja, höchstwahrscheinlich gibt es jetzt hier erstmal nichts. Okay, hier hatten wir gegen den Ruinen Koloss gekämpft. Da ging es, er sagt, hier sowieso nicht weiter. Was ist das jetzt hier? Das kommt jetzt ein bisschen unerwartet. Das war sicherlich, er sagt, nicht beim ersten Mal hier gewesen. Haben wir jetzt, er sagt, doch noch eine neue Quest gefunden? Wo sind wir denn jetzt? Und ist er, er sagt, Seymour jetzt, er sagt, auch hier? Also, das ist auf alle Fälle, er sagt, die Quest, die ich, er sagt, meinte. Die uns, er sagt, noch beim Narzissenkreuz gefehlt hat. Aber ich habe hier weder Simon, noch habe ich N hier. Oh doch. Oha, wo ist denn wir denn hier? Palmer ist so schwindelig. Hat uns das Buch gerade verschluckt? Hier, ich weiß, ich habe mich erinnert. Hier ist das, hier ist der Narzissenkreuzverein. Seit Palmon Ant kennengelernt hat, führt Palmon sich oft auf unerklärliche Weise an fremde Orte transportiert, ohne es zu merken. Tut mir leid, Palmon. Schon gut, Palmon wollte Ant keine Vorwürfe machen. Palmon dachte nur, naja, Fontaine ist wirklich geheimnisvoll. Tja, die Geschichten aus Fontaine sind, er sagt, wirklich alle geheimnisvoll. Aber dass wir ausgerendet, jetzt, er sagt, wirklich, er sagt, hierbei weitergekommen sind? Tja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, wir müssten irgendwo noch eine weitere Quest annehmen von Anne, um am Ende hier hinzukommen. Weshalb ich auch nicht so genau wusste, wie hier, er sagt, zu diesem Ort hinkommen sollte. Aber das wäre dann einfacher, er sagt, wieder bei der, äh, naja, beim Institut für Naturphilosophie hin musste. Tja. Aber ist das also der Narzissenkreuzverein? Das klingt, als wäre es eine Organisation, die von jemandem aus dem Reich des Narzissenkreuzes gegründet wurde. Und zwar im anderen Land. Und was für eine ungewöhnliche Art, um weislich hineinzukommen. Genau wie das Buch mit den Bildern an der Pause ist. Man schaut es an und wird woanders hingeschickt. Äh, dieser Ort ist also eine Art Geheimbasis. Man weiß nicht einmal genau, in welchem Ort das ist. Anne, fühlst du dich jetzt schon besser? Ja, es geht mir viel besser. Danke, Ritter Phantomart. Aber ich denke, ich sollte dich nicht mehr als Ritter bezeichnen, oder? Schließlich war das alles gefälscht. Oh, sag sowas nicht, Anne. Aber... Tja. Unsere Geschichte hat gerade erst begonnen. Jawohl. Phantomheart hat recht. Es gibt noch so viele, viele weitere Abenteuer, die auf uns warten. Ähm, wie kann man sich in einem Abenteuer wohlfühlen, wenn man keinen zuverlässigen Ritter dabei hat? Du süßes Fräulein. Ach, Paimon. Hey, Paimon wollte er nur ermutigen. Pfff. Ja, und Paimon ist auch sehr ritterlich. Positiv und freundlich. Ich bin so glücklich. Äh, warum wird Paimon auf einmal so förmlich gelobt? Aber trotzdem ist der Ritter Phantomheart besser. Tja, jeder ist anders. Auch wenn Phantomheart klug und fähig ist, so hat Paimon... Äh, hat Paimon... Äh... Genau, Paimon ist wirklich großartig. Ach, ihr benehmt euch alle so. Paimon dachte, dass Phantomheart sich über Paimon lustig machen würde. Ihr seid zu seltsam. Ja, seltsam. Zurück zum Thema. Anne hat schon erwähnt, dass der Narzissenkreuzverein eine tiefe Verbindung zur Vergangenheit hat. Das ist auch der Grund, warum wir hier sind. Ja, aber ich bin immer noch verwirrt. Ja, Paimon versteht. Dann lasst uns die Situation klären. Vorhin, als wir in einer Pause waren... Oh, wirklich, Paimon's Kopf hat sich auch in ein Durcheinander verwandelt. Phantomheart, ist dir was eingefallen? Warte mal, hätte man eher gesagt... Moment, über Anne selbst. Ja, Paimon ist vorhin auch aufgefallen, dass Mary Anne sagte, deine Geburt war ein wunderbarer Zufall. Was soll das bedeuten? Ich glaube, das liegt daran, dass ich zufällig geboren wurde. Wie Mary Anne sagte, war ich eine Figur, von der sie geträumt hatte. Und was wir zusammen erlebt haben, war auch ein Episode in meinem Traum. Ich habe das Gefühl, dass dieser Traum ohne euch vielleicht nie zu Ende gegangen wäre. Oder vielleicht geht der Traum eines Tages zu Ende und ich werde mit dem uns Erlebten glücklich bis zum Ende ihrer Tage verblassen. Ich weiß es nicht. Oh, wie Paimon gedacht hat. Paimon hat kein einziges Wort verstanden. Das bedeutet, dass Mary Anne auch eine Okeanide ist. Das hat man ja eigentlich schon aufgrund der Augenfarbe und der Haarfarbe gesehen. Was? Und Anne ist die Verkörperung von Maryanns Illusion. Was, was? Ja genau, das dachte ich auch. Wenn das der Fall ist, dann sollten die Dinge, an die ich mich unterwegs erinnerte, alle ihre Erinnerungen sein, oder? Dein Wissen und deine Erfahrung können nicht über ihren Ursprung hinausgehen. Aber durch die Begegnung mit ihr bist du zu deinem eigenen Ich geworden. Du bist nicht mehr durch das, wovon du kommst, gefesselt und manipuliert. Ich möchte, dass du selbst ein Chicksal in die Hand nimmst. Deshalb hat sie das zu mir gesagt. Achso, Paimon versteht. Dann ist es wie mit P.T. Chu. Elle und die anderen sind wie Anne, alle die Verkörperung der Illusionen, richtig? Ja, ich glaube schon, sie sind wie ich. Also, wer ist Mary Anne? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich kann mich nicht erinnern. Ist als wäre ein Teil meines Körpers eingefroren. Hm, Phantom Heart, hast du noch eine Idee? Äh, über den Narzissenkreuzverein. Ja, da fällt mir was ein. Es gibt eine Menge Erinnerungen und Gefühle. Es war ein schöner Ort, als mich die beiden Kinder hier erbrachten. Alles war nagelneu und glänzte, wie es früher immer war. Sie strahlten wie die Sonne, die auf die Wellen des Wassers scheint. Sie sagten mir, dass dies unser neues Zuhause sei und brachten viele neue Freunde mit. Alles könnte wieder so werden, wie es früher war. Aber dann veränderten sie sich. Manche Dinge wurden anders und die Menschen, die hier waren, wurden auch anders. Obwohl das Haus des Narzissenkreuzes früher ohne Sonnenschein war, war es dort immer warm. Hier aber wurde es immer kälter und kälter und dann... Anne! Phantom Heart, Anne, schaut sehr müde aus. Zwinge dich nicht. Es tut mir leid, Ritter Phantom Heart. Ich fühle mich ängstlich und traurig, wenn ich versuche, an andere Dinge zu denken. Was ich gerade gesagt habe, ist alles, was mir im Moment einfällt. Ich kann spüren, dass hier eine Menge schrecklicher Dinge passiert sind. Ich spüre eine Menge Emotionen. Gefühle von Wut, Gefühle von Angst, aber auch Gefühle der Hoffnung, Gefühle des Vertrauens und Gefühle der Sehnsucht. Aber aus irgendeinem Grund habe ich bei all dem eine sehr seltsame Qual gespürt, als ob es eine Menge Schutt und Unreinheiten in meinem Körper gibt. Ich will nicht... Ich kann nicht! Schon gut, schieb das für den Moment beiseite. Dränge dich nicht zu sehr, darüber nachzudenken. Denn je mehr du versuchst, dich an etwas, an vergessene Dinge zu erinnern, desto weniger werden dir wieder einfallen. Hm, Phantom, hattest du noch mehr Ideen? Nein, jetzt sag nur noch über Prinzessin Lyris. Das sollte nur eine Figur in der Geschichte sein. In der Geschichte sollte ich Prinzessin Lyris retten und den Schreckensdach Narzissus besiegen. Das ist der ursprüngliche Zweckwunsch meiner Existenz. Tja, alle Geschichten basieren auf etwas. Hm, ein paar Mal hat gehört, dass Anne einmal einen Ort namens Haus des Narzissenkreuzes erwähnt hat. Wenn das, was Phantom hat gesagt, richtig ist, dann basiert die Geschichte des Reichs des Narzissenkreuzes und der Abenteurer-Truppe des Narzissenkreuzes auf etwas, das mit dem Haus des Narzissenkreuzes und dem Narzissenkreuzverein zu tun hat. Ja, das ist möglich. Hm, es fühlt sich an, als hätten wir ein paar neue Hinweise und dann wieder nicht. Eigentlich fällt mir noch etwas ein. Ich habe furchtbare Szenen gesehen. Die Urwasser, Fruchtwasser und Plazenta der Welt wurden verschluckt. Die Welt wurde dunkel, als kühle Quellwasser floss nicht mehr. Einen solchen Anblick habe ich schon einmal gesehen. Oder vielleicht war es die Zukunft. Hä, wie bitte? Geht es also um die Vergangenheit oder die Zukunft? Hm, ich weiß es nicht. Es tut mir leid, ich danke euch. Ritter, Phantomat und Paimon. Hm, ist das schon gut. Wir haben alle zugeschimmt, Anne zu helfen. Nein, ich bin froh, dass ihr meine ersten Freunde seid, seit ich wirklich ich geworden bin. Also danke. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Ihr zwei, warum seid ihr plötzlich so förmlich? Die Freundschaft sollte etwas Natürliches sein. Als Anne uns damit zum Hilfe bat, führte Paimon sofort, dass sie eine Freundin war und wir ihr helfen mussten. Ach, danke, Paimon. Oh, sei doch nicht so, Anne. Wenn du dich bei Paimon bedanken willst, musst du fröhlich sein. Ja, Paimon, du hast recht. Zum Glück habt ihr mir geholfen. Ich kann hier nicht aufhören. Ich werde versuchen, mich an mehr zu erinnern und euch alles darüber zu erzählen. Oh, aber du musst dich nicht zu sehr anstrengen, um an traurige Dinge zu denken. Ja, genauso wie Mary Anne von der Vergangenheit und der Geschichte, in der ich geboren wurde, träumte, beschloss auch ich, eine Weile zu schlafen. Vielleicht kann ich mich in meinen Träumen mühelos an viele Dinge erinnern. Vielleicht gibt es auch schöne Dinge. Ritter, Phantomat und Paimon, ich werde es euch sofort erzählen, wenn ich mich an etwas Gutes erinnere. Klar, alles Dank. Gute Nacht, Anne. Gute Nacht. Tja, soviel dazu. Die unvollendete Geschichte haben wir dann jetzt erstmal abgeschlossen. Aber es gibt, er sagt, noch die eine Sache da. Mit Seymour. Was ist jetzt hier los? Oh, er ist auch hier. Das ist also der Narzissenkreuzverein. Wird gespeichert, dieser Ort und die dazugehörigen Daten wurden in meiner Speichereinheit aufgezeichnet. Hm, wir waren schon mal hier. Die Mary Anne, nach der du suchst, ist wahrscheinlich nicht hier. Vielleicht finden wir aber auch einige neue Hinweise. Ist dir bei deiner Ankunft hier etwas Nützliches eingefallen, Seymour? Negativ. Die neu aufgezeichneten Informationen müssen noch weiter analysiert und geordnet werden. Zurzeit ist keine effektive Schlussfolgerung möglich. Müssen wir dann noch lange warten bis? Positiv. Defragmentieren der Speichereinheit beginnt. Gesamtdauer unbekannt. Die interaktiven Funktionen werden vorübergehend deaktiviert, wenn dieser Vorgang läuft. Warte, warte doch erst einmal. Verstanden. Die fragmentierende Speichereinheit wurde unterbrauchen. Welche Anweisungen Herr Phantom hat und Fräulein Palmon? Wenn Palmon ist recht überlegt, dann wissen wir auch nicht viel über dich, Seymour. Wir wissen nur, dass deine Meisterin nicht immer mehr, sondern jemand namens Mary Anne ist. Positiv. Fräulein Mary Anne ist meine Meisterin. Mein Standard-Deduktionsmodul zufolge sind die Chancen im Narzissenkreuzverein Hinweise auf ihren Aufenthaltsort zu finden. Hoch, hoch. Das hast du uns schon gesagt, aber Palmon hat das Gefühl, dass es noch einige grundlegende Fragen gibt, denen uns jegliche Antworten fehlen. Jetzt scheint ein guter Zeitpunkt dafür zu sein, oder? Wenn du uns ein wenig mehr über dich und Mary Anne erzählen könntest, könnten wir dir vielleicht besser helfen. Natürlich wird das, Fräulein. Also, Vendomat, was möchtest du fragen? Okay, erzähl uns von dir, Seymour. Ich bin Prototyp 4ACV07, entwickelt von undeutlicher Maschinengeräusche, um meine Meisterin Fräulein Mary Anne zu begleiten und zu beschützen. Und Palmon kann dich nicht deutlich hören. Mein Entwickler ist undeutliche Maschinengeräusche. Ich bin mit den neuesten optischen Geräten, Speichernheit, Logikeinheit und verschiedenen Funktionsmodulen des Instituts für Naturphilosophie Fontaine ausgestattet. Äh, Palmon hat kein Wort davon verstanden, aber es klingt wirklich beeindruckend. Je beeindruckender ein Gerät ist es, desto schwieriger ist es, nach einer Beschädigung zu reparieren. Hinweis, regelmäßiges Defragmentieren der Speichernheit kann die Häufigkeit solcher Probleme wirksam verringern. Also, im Grunde genommen gibt es einige Dinge, die, bevor du das Defragmentieren beendet hast, du uns nicht sagen kannst, selbst wenn du sie wüsstest, richtig? Positiv, genauer gesagt, undeutliche Maschinengeräusche hat undeutliche Maschinengeräusche begriffen. Informationen über undeutliche Maschinengeräusche können mit undeutlichen Maschinengeräusche extrahiert werden. So kann ich den Alltag von Fräulein Mary Anne protokollieren und gleichzeitig der Assistent meiner Agentin fungieren. Ach, gerade die wichtigen Stellen sind ausgeblendet. Was ist ein Assistent der Agentin? Ein Agent ist ein Mitglied des Marais-Chaussée-Phantoms, das Ermittlungen durchführt. In diesem Zusammenhang bezieht sich der Begriff Assistent auf Seymour, dem Prototyp 4ACV07 selbst. Mary Anne ist also ein Agentin des Marais-Chaussée-Phantoms. Positiv. Moment, wenn das ihre wahre Identität ist, würde uns die Suche nach offiziellen Unterlagen nicht helfen, sie schnell zu finden? Warum müssen wir hierher kommen? Fräulein Mary Anne's Rolle als Agentin wurde nicht publik gemacht, außerdem hat der von ihr untersuchte Fall mit undeutlichen Maschinengeräusche zu tun. Es handelt sich um undeutliche Maschinengeräusche, aufgeführt unter Anweisung von undeutlichen Maschinengeräusche als solches undeutlich. Herr Seymour, du bist schon wieder kaputt, oder? In weiß regelmäßiges Defragmentieren der Speichernheit kann die Häufigkeit solche Probleme wirksam verringern. Stellen wir doch einfach eine andere Frage. Mal sehen. Erzähl mir etwas über den Narzissenkreuzverein. Können wir hier wirklich Hinweise auf den Verbleib von Mary Anne finden? Du warst doch noch nie hier, oder? Warum glaubst du denn, dass wir hier etwas finden werden? Aus meiner aktuellen Aufzeichnung geht hervor, dass die letzten Aufzeichnungen vor dem Treffen mit Fräulein Mameer diejenigen waren, in denen ich einen bestimmten Vorgang ausgeführt hatte. Bei diesem Vorgang handelt es sich um die Festnahme von flüchtigen Mitgliedern des Narzissenkreuzvereins. Fräulein Mameer hat ebenfalls diesen Prozess durchgeführt. Als ihr Begleiter und Leibwächter bin ich ihr und undeutliche Maschinengeräusche nach Elinas gefolgt. Dort trafen wir auch Mitglieder des Vereins, darunter das Kernmitglied Jakob Ingold. Aha, er war also Mitglied des Narzissenkreuzvereins und Mary Anne war hinter ihm her. Positiv. Dann gibt es da wirklich einen Zusammenhang. Ach, wir hätten Jakob gefangen nehmen und hören sollen. Palmon fragt sich, ob er hierher zurückkommen wird. Wenn wir uns jemals wiedersehen, haben wir noch ein Hühnschen mit ihm zu rupfen. Er scheint nicht der Typ zu sein, der einfach Fragen beantwortet, wenn er gefragt wird. Wenn alles den Bach runtergeht, können wir ihm gerne eine Lektion erteilen. Es muss einen Weg geben, sonst können wir nur hoffen, dass Simo sich an alles erinnert. Du meinst, wenn ich mein defragmentierender Daten abgeschossen habe, Fräulein Palmon? Das ist doch alles dasselbe. Dann jetzt die letzte Frage. Erzähl mir etwas über die neuesten Aufzeichnungen. Es kam zu einem heftigen Kampf mit den Mitgliedern des Vereins in Elinas. Meine Speichernheit ist aufgrund einer massiven Druckwelle fehlerhaft. Wir müssen die Pläne des Vereins hindern. Zu diesem Zweck müssen Jakob Ingold und deutliche Maschinengeräusche gestoppt werden. Wegen und deutliche Maschinengeräusche und deutliche Maschinengeräusche und deutliche Maschinengeräusche. An Fräulein Marianne. Leg besser eine Pause ein. Vielen Dank für deine rücksichtsvollen Worte her, Phantom Heart. Wir müssen wohl warten, bis Simo mit diesen defragmentieren beginnt. Aber wie dem auch sei, Jakob hat in Elinas böse Absichten. Und Marianne und Simo wollten ihn daran hindern, richtig? Positiv, deine Zusammenfassung ist zwar zu vereinfacht, aber im Grunde spiegelt sie die Wahrheit wieder, Fräulein Palmon. Wenn wir nur diese Information hätten. Hm, es könnte schwierig sein, Marianne zu finden. Wir haben wohl wirklich keine andere Wahl, als auf den Abschluss von Simos, die Fragmentierungsprozesse zu warten. Positiv, meine Berechnung zufolge erzielt dieser Ansatz die höchste Erfolgsquote. Aber er wird viel Zeit in Anspruch nehmen, nicht wahr? Wenn du mit bist, kann ich dir benötigt die Zeit schätzen, erforderlich, Bearbeitungszeit, unbekannt. Äh, vielleicht sollten wir uns in diesem Fall... Sollten wir es in diesem Fall bleiben lassen. Nun, Palmon ist jetzt damit fertig, Simo Fragen zu stellen. Aber finde mal, Palmon hat nur Fragen an dich. Du hast versprochen, es zu erklären, nicht wahr? Na ja, vorher hatten wir keine Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ja, aber jetzt stört uns niemand mehr. Und das hat auch etwas mit Simo zu tun, nicht wahr? Komm schon, erkläre es. Du erzählst Palmon und Simo von dem Gespräch, das du zuvor mit Elinas geführt hast. So ist es also, als du anfingst, diese seltsamen Dinge zu sagen, dachte Palmon, du wärst krank oder so. Hey, schön, dass du in Ordnung bist. Übrigens, Simo, es wäre doch kein Problem, dich hier zu lassen, damit du deine Daten defragmentieren kannst, oder? Ah, jetzt taucht, er sagt, auch Anne hier auf. Gut, dann trinken wir mal kurz was und dann müssten wir jetzt, er sagt, die letzten Puzzleteile zusammenfügen können. Hm? Anne, du bist wach! Ah, guten Morgen, Palmon, Ritter Phantom Heart. Oh ja, darf Palmon einmal vorstellen? Das ist Anne, unsere Freundin. Sie ist in der Okeanide. Anne, das ist? Ich weiß, du bist der dumme Hund Simo. Hä? Keine relevanten Informationen vorhanden. Ich glaube nicht, dass sie jemals das Vergnügen hatte, dich zu treffen. Okeanide, Anne. Ich hab dich auch noch nicht gesehen, aber als ich dich sah, wusste ich sofort, dass es Simo sein muss. Äh, was ist hier los? Hm, es muss... Nein, ich weiß es nicht. Ich fühle mich komisch. Hinweis, regelmäßiges Defragmentieren. Der Speichernheit kann die Häufigkeit solcher Probleme wirksam verringern. Jedenfalls, die Sache ist die. Du teilst einige Informationen. Simo ist also auf der Suche nach Mary Anne. Ah, deshalb dachte Palmon immer, Palmon hätte den Namen schon mal irgendwo gehört. Diejenige, die Simo erwähnt und die er suchte, heißt auch Mary Anne. Hinweis, regelmäßiges Defragmentieren. Der Speichernheit kann die Häufigkeit solcher Probleme wirksam verringern. Hey, du gehst Palmon auf die Nerven, du dummer Hund. Also, laut Simo ist es doch nicht dieselbe Mary Anne, oder? In Anbetracht der Zeit? Darf ich aus deiner Aussage schließen, dass du in der Vergangenheit jemandem namens Mary Anne begegnet bist oder vielleicht aus anderen Quellen, außer mir, über solch eine Person erfahren hast? Der Name ist tatsächlich Mary Anne. Das ist richtig. Nennen wir die Mary Anne, die wir an der Pause getroffen haben? Doch einfach Mary Anne 1. Und die von Simo gesucht wird? Mary Anne 2. Negativ, das von mir gesuchte Vorline. Mary Anne sollte in der Folgenummer Vorrang haben. Um Missverständnis zu vermeiden, sollte sie als Mary Anne 1 bezeichnet werden. Simo, du kannst es dir so vorstellen. 2 ist größer als 1, also ist 2 besser. So, deine Aussage, Datendefragmentierung ist in Arbeit. Er funktioniert wieder nicht. Hey, dummer Hund. Oh, Anne hat also auch eine böse Seite. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte das tun. Vorläufiges Defragmentieren der Daten abgeschlossen. Okay, an I, the Anne. Aus den folgenden 15 Gründen glaube ich, dass an deiner Meinung etwas nicht stimmt. Nummer 1. Schon gut, das ist alles nicht wichtig. Guter Hund, Sitz. Befehle erhalten. Äh, warum? Ist leicht, ein Foto von dir zu machen, wenn du still sitzt. Klar, okay, an I, the Anne, möchtest du ein Foto machen? Ich bin mit der modernsten optischen Ausrüstung des Instituts für Naturphilosophie Fontaine ausgestattet und kann... Nein, danke. Befehle erhalten. Oha, Anne ist wie eine Hundetrainerin. Hm. Simon, möchtest du mit uns zu einer Pause kommen? Du kannst überprüfen, ob diese Mary Anne dieselbe Person ist, nach der du suchst. Ja, Paimon hat ein gutes Argument. Positiv, ein vernünftiger Vorschlag. Gut, dann lass uns loslegen. Ritter, Fendermat, Paimon, ich werde auch diesmal nicht mehr... Ich werde euch diesmal nicht mehr belästigen. Ich werde Simo den Weg zeigen. Ist das wirklich in Ordnung? Ja, ich weiß, dass Simo sehr zuverlässig ist. Ja, seid vorsichtig. Wir treffen uns später wieder. Hier. Äh, können wir dann jetzt, er sagt, die Kisten hier mal öffnen? Ausgetrocknete Mischung. Moment, hier haben wir jetzt ein Schlüssel des Instituts erhalten. Und eine ausgetrocknete Muschelschale. Also jetzt können wir, er sagt, noch in weiteren Raum betreten. Das ist Ruhe. Aber wo genau sollte ich jetzt erst erkennen? Und was ist das hier? Eine weitere mysteriöse Buchseite, Nummer 9. Ich bin mir jetzt nicht so... Was war das? Ach, einfach sitzen. Ich bin mir aber jetzt nicht so ganz sicher, wo ich jetzt, er sagt, als nächstes hin müsste. Aber ganz offensichtlich geht die Geschichte jetzt hier an diesem Ort nicht weiter. Glaube ich jedenfalls. Andererseits, es gibt da, sagt, wie es aussieht, noch eine obere Reihe. Nein, da können wir, wie es aussieht... Wir können ja, sagt, anscheinend an der Säule jetzt hier nicht klettern. Na, so geht es hier nicht weiter nach oben. Ähm, und wenn ich das jetzt hier richtig alles abgesucht habe, dann haben wir jetzt hier auch keine weiteren Informationen. Aber die Sachen mit dem weiteren Schlüssel und dann, er sagt, mit der Muschel? Ist doch jetzt auch interessant. Ein uraltes Muschelgefäß ist vielleicht auch, wenn er hoch, noch ältere Zivilisation zurückgeht. Ha. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall den einen Schlüssel erhalten, mit dem wir jetzt weitermachen können und den weiteren Raum. Öffnen können. Aber die Frage bleibt jetzt eigentlich bestehen. Sollen wir jetzt jetzt auch nach einer Pause gehen? Oder sollen wir jetzt erstmal die Tür öffnen? Oder sollen wir die Buchseite, die wir jetzt gefunden haben, erstmal abgeben? Tja, jetzt erstmal etwas Schwieriges unterfangen. Okay, gewöhnliche Dari-Vorrichtungen scheinen Ihnen nicht mehr zu genügen. Diesmal ist es dem Präsidenten des Instituts gelungen, nationale Ressourcen zu verwenden, um etwas wirklich uneinheimliches zu bekommen. Mittendrin hätte er fast Todesopfer gegeben. In der Hoffnung, sein Bedürfnis der Forschung zu befriedigen, der begleitenden Fund nicht sind die selten gesehene Vorrichtungsteile von Dari, an denen die Gelehrten von Sumeru arbeiten. Schon zum dritten Mal außer Kontrolle. Nur weil Guillotine keine Angst vor dem Tod hat, heißt es nicht, dass wir uns nicht auf unser eigenes Leben sorgen. Wir haben uns einen Notfallplan zur Schadenskontrolle ausgedacht und ich hoffe, dass er Projekt der Kinematik abschließen kann, bevor es Weg zum Einsatz kommt. Obwohl bei seiner Persönlichkeit wird die Forschung nie abgeschlossen werden. Es scheint, dass die Experimentalmaschine versucht, einen Roboterhund zu bauen, um die Ergebnisse zu validieren, die sie in Kinematik und Materialwissenschaft erzielt hat. Das ist eine gute Wahl und man kann ihn sogar mit in die Stadt nehmen, um ihn fortzuführen. Das vermittelt einen vielpraktischen Eindruck als automatischer Kanonenturm von nebenan. Zumindest habe ich überlebt, bis er von Schattenjägern rekrutiert wurde. Es ist nicht leicht gewesen, dass wir überlebt haben. Aber was machen wir mit dieser verdammten, sich selbst reparieren, Enttötungsmaschine? Egal, das überlassen wir der Zukunft. Ah, interessant, interessant alles jetzt wieder mal hier. Aber ja, wo sollten wir jetzt hin? Wo genau sollten wir jetzt hin? Eigentlich wäre jetzt da der Weg zurück angebracht. Wie schon gesagt, wir müssen immer noch die eine Tür öffnen. Und ich glaube, das wäre jetzt auch erst mal im sinnvollsten, dass ich das jetzt mache. Gut, dann bin ich jetzt mal gespannt. Was verbirgt sich dann jetzt gleich hinter dieser Tür? Und ja, als allererstes erledige ich mal die Hydro-Schleime hier. So, dass wir dann jetzt erst mal hier ein bisschen mehr Zeit haben. So, und jetzt wird es interessant. Was haben wir jetzt hinter dieser Tür? Höchstwahrscheinlich dann doch eine weitere Buchseite irgendwo, oder? Eine Studie in Pechschwarz. Was hat das jetzt hier zu... Das ist nicht gut. Das weckt schlimme Erinnerungen an die große Kluft. Mysteriöse Buchseite 5. Better than nothing. Wie konnten wir das Teil der Sack jetzt noch erledigen? Da hatten wir doch erst auch ein spezielles Item gehabt. Aber anscheinend können wir das Ersack jetzt nicht nutzbar machen. Schade. Aber das ist nicht, er sagt hier wirklich Abgrundforschung. Mysteriöse Buchseite 8. Okay. Und wieder mal ein uraltes Protokoll. Am Ende hatten wir jedoch unterschiedliche Forschungseinrichtungen, sodass ich mich beim Präsidenten des Instituts um ein neues Labor beworben habe. Aber es ließ sich nicht ändern. Weil Alain zu schlau ist, wird er nur an sich selbst glauben und nicht an das, was wir gesehen und getan haben. Solange er nicht selbst zu denselben Schlussfolgerungen kommt. Aber das ist in Ordnung, weil Alain die Welt auch auf seine Art und Weise besser macht. Und ich glaube ihm, denn das ist die gleiche Welt, in der er lebt. Es gibt viele Leute am Institut, aber außer Kater haben wir nicht viele Freunde. Ich habe das Gefühl, dass uns alle irgendwie hassen. René hat jemanden gebeten, etwas Unvorstellbares zu finden, das er untersuchen kann. Es heißt, dass diese Dinge nach der Katastrophe aufgetaucht sind und sehr schädlich für die Menschen sind. Aber ich denke, es ist in Ordnung. Vielleicht hat sich mein Körper auch wirklich sehr verändert. Und derjenige, wie er das geschrieben hat, war Jakob Ingold. Okay, das hier wäre jetzt natürlich ein schnellerer Weg. Zurück. Ja, das wäre jetzt natürlich erstmal ein schnellerer Weg zurück. Hm, haben wir das jetzt auch noch nicht gelesen? Der arrangierte Assistent scheint nicht sehr zufällig zu sein. Derzeit scheint es, dass die Kraft dieser Kriegsmaschinen nicht genutzt werden kann. Die Kräerengefahr ist zu hoch. Ich lasse die anderen mysteriösen Maschinen sammeln. Es gibt keinen besonderen Fortschritte. Unter Aufsicht meines Adoptivvaters reist ich mit Anna auf der Suche nach Inspirationen und Orten, an denen Schlachten stattgefunden hatten. Wir haben René und Jakob getroffen. Der Assistent scheint nicht sehr zufällig zu sein und hat einige Fehler begangen. Ich sollte das wohl einfach als eine zu überwindende Schwierigkeit betrachten. Diese etwas willkürlich geformte Maschine ist recht interessant. Die Erforschung der Antriebsquelle hat Priorität. Erforschung von Urmaschinen. Der Assistent ist beurlaubt. Ich habe N gerufen, um mir zu helfen. Ich habe René und Jakob, dem Präsidenten des Instituts, empfohlen. Erforschung von Urmaschinen. Der Assistent ist beurlaubt. Ich habe N gerufen, um mir zu helfen und ich habe ihr vorgeschlagen, dem Institut beizutreten, aber sie hat kein Interesse. Weitere Erforschung. Der Assistent ist immer noch nicht da. Ich habe beschlossen, ihn zu besuchen. Ich habe den Adoptivvater von René und Jakob und die Kontakte meines Adoptivvaters gefunden. Die Urmaschine zur Verwendung als Ergänzung ist angekommen. Ich sollte als nächstes Fortschritte machen. Der Assistent sieht ziemlich gesund aus. Es sollte nur eine leichte Krankheit sein. René und Jakob sind gekommen und wurden in mein Projekt aufgenommen. Interessante mechanische Statue. Erforschung von Urmaschinen. Mein Adoptivvater kann mich besuchen, aber ich konnte ihn nicht empfangen, weil ich beschäftigt war. Ich wurde von N gescholten. Ich werde mich entschuldigen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Der Assistent ist krank, weil ich beschäftigt war. Hatte ich keine Zeit für einen Besuch. Ich wurde von N gescholten. Ich gehe morgen hin. Ich habe den Besuch vergessen. Tut mir wirklich leid. Ich werde morgen mit eins zusammengehen. Urlaub. Der Assistent ist krank. Besuch. Ideen, die ich mir merken kann. Nicht auf die Grundlage von Logikbäumen, sondern einer großen Anzahl von Denkeinheiten, die ein visuelles, neuronales Netz bilden. Fotoapparat. Erforschung von Urmaschinen. Der Assistent ist beurlaubt immer noch. Wieder beurlaubt. René und Jakob haben heute mit ihren eigenen Forschungen begonnen. Der Assistent ist beurlaubt. Ein Durchproziert. Patentanmeldungen sind schwierig. Vergiss es. Der Assistent sieht gesund aus. Ich mache mir allerdings ein wenig Sorgen. Aufgrund der Rückstand der Medizintechnik würde ich den Besuch in Sumero empfehlen. Urlaub. Als nächstes folgt der Erforschung der mechanischen Kinetik. Ich stelle eine Liste benötigten Materialien. Besuch, Besuch, Besuch. Experimente wurden in einem großen Labor vorbereitet. Ich bin aber entschieden, mich eine Weile nicht dorthin zu verlagern. Besuch, Besuch. Ich bin schon mehrmals gedrängt worden, das Labor zu verlegen. Es wird vielleicht nicht einfach, einen Assistenten einzustellen, nachdem ich es verlegt habe. Aber ist ein bisschen mühsam. Tja. Also. Ich denke da mal. Der nächste Halt wäre sicherlich irgendwo an der Pause. Aber andererseits will ich jetzt erst mal wieder die erst mal sehen, was er sagt, die anderen Seiten jetzt zu sagen haben. Ich hatte ja eigentlich ja gedacht, dass wir das Buch jetzt vervollständigt hätten. Aber dass wir noch zwei weitere Seiten jetzt gefunden haben. Nummer 5 und Nummer 9. Gibt da jetzt schon ein bisschen zu denken. Tja, und die Frage, ob wir eigentlich nach einer Pause es noch mal hin können, steht jetzt dann natürlich auch noch mal im Raum. Beim letzten Mal, wo ich dort war, da gelang es ja nicht. Oh, wir haben drei neue Seiten, ja. Nehmen wir mal die. Warte mal, das ist die Nummer 8. Die Nummer 5. Die Nummer 9. Nehmen wir mal die Nummer 5 zuerst. Erlaine hat den Großen durchproduziert und alle diskutieren jetzt die Energiewende von Fontaine. Aber die Atmosphäre im Institut scheint mehr von Neid als von Freude erfüllt sein. Es betrifft mich zwar nicht direkt, aber ich bin trotzdem sauer auf ihn. Der ausgesendte Forscher hat was Interessantes gefunden. Einen roten Edelstein, wie sie erst nach der Katastrophe auf dem Berg vom Mond stattzufinden sind. Er ist von derselben Beschaffenheit wie das Gewebe Elinas. Wurde von Jakob bestätigt. Es soll sich um eine Substanz handeln, die von dem sich zersetzenden Körper eines Drachen abgesondert wird. Um Unklarheiten in den Aufzeichnungen vorzubeugen, nennen wir den Edelstein vorläufig tiefroter Quarz. Seine Bestandteile haben einen Hitzeeffekt und verdrehen eine verstärkte Explosivkraft. Aber normale Menschen können ihn wegen der enthaltenen Gifte nicht tragen. Davon ausgenommen sind neue Menschen wie Jakob verwenden wir vorerst die Bezeichnung und Menschen, die Gift neutralisieren können, aber solche Menschen sind bisher nicht bekannt. Identisch mit der Verschmutzung, die in der großen Mine von Liu entdeckt wurde. Ja, und eben ja sowieso auch. Aber auch in der Forschung gibt es Engpässe. Das größte Problem hierin liegt in der Reproduzierbarkeit. Aber wenn wir genügend Ressourcen aufbringen, werden wir einen Durchbruch erzielen. Wenigstens bewundern fürchten uns die Dummköpfe hier noch einige. Von Jakobs Tricks waren sehr wirkungsvoll. Es war traurig, dass aus den Leuten vom Institut für Naturphilosophie so etwas wie Gläubige werden können, aber zumindest kann man sie noch beruhigen, Herzen mit einfachen Aufgaben betrauen. Wir haben diese Bezeichnung vorübergehend zur Etablierung eines Forums verwendet, um ihnen das Gefühl von Ordnung und Zugehörigkeit zu geben. Aber Kata hat es nicht bemerkt. Wir haben einen Eilboten mit seiner Haut- und Blutprobe zur Analyse nach Sumeru geschickt. Wir können das Problem nur weiter beobachten, finden aber die Ursachen nicht. Es ist sinnlos. Es bringt nichts. Die traditionelle Medizin ist wirkungslos. Wir brauchen eine neue Methode. Jakobs Vorschlag ist sehr gefährlich. Ich muss erst darüber nachdenken. Ich erklärte ihm auch das Risiko, die historische Last um ein anderes Ziel, die Entwicklung eines zweiten Objektes, das die Wirkung der menschlichen Transzendenz durch nachweisen kann, um allgemeine Gesetze und Methoden daraus abzuleiten. Kata akademisches Verständnis ist nicht sehr ausgeprägt, also verwendete ich viele Beispiele und Überspitzungen. Doch anscheinend hatte er seine Entscheidung vorher bereits getroffen. Es verschlechtert sich ständig. Jakobs reibungslose Verschmelzung scheint eine Ausnahmeerscheinung zu sein. Oder ist das schon nicht mehr er selbst? Ich bin mir nicht sicher. Muss weiter beobachtet werden. Er darf nicht vergebens gewesen sein. Er darf nicht vergebens gewesen sein, denn sonst wäre alles andere bedeutungslos. Ich habe mehr Material für Umkehrversuche gesammelt. Überreste und organische Gewebe, die die Katastrophen überdauert haben. Selbst die äußerst gefährlichen Rückstände. Nichts hat funktioniert, aber ich darf nicht aufgeben. Er ist noch am Leben. Wenigstens in diesem Sinne kann es weitergehen. Er darf nicht vergebens gewesen sein. Für den Augenblick gesichert, die weitere Auflösung der Struktur ist aufgehalten. Jakob würde bei seinem Anblick nicht in Tränen ausbrechen, aber gelegentlich kann man Katas Stimme hören. Das sind wohl die schlimmsten Momente. Ich habe zuerst versucht, das Gebiet, das wahrscheinlich das Stimmorgan darstellt, herauszuschneiden. Aber es regeneriert sich in ein bis drei Tagen immer wieder. Mit Elaine gebrochen. Bedauerlich. Aber ich gebe ihm nicht die Schuld. Am bedauerlichsten ist jedoch, dass sich die vorher eingeschlagene Richtung als Irrweg herausgestellt hat. Aber es war nicht vollkommen umsonst. Ich weiß, dass Fehlschläge die größten Gewinne sind. Denn das Leben ist sehr kurz. Die Kosten für Versuch und Irrtum sind hoch. Ich muss Kata für diesen Moment dankbar sein. Und deswegen muss ich einen Weg finden, ihn zu retten. Ich muss beweisen, dass ich dazu fähig bin. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Mitglieder des Torums jetzt noch loyaler sind. Bin ich womöglich ein Schauspiel-Talent? Beim Gespräch mit Jakob kam mir die Idee zu einem weiteren Ansatz. Der ist wert, ihn zu versuchen. Vielleicht können so alle Probleme gelöst werden. Der größte des Inhalts kann nicht entschlüsselt werden, weil es so viele chaotische Gedanken gibt. Okay, weitere Seite entschlüsseln. Seite 8. So, es ist eher ein Schlüssel als ein Schwert. Es kennt keinen Besitzer. Es reißt einfach von einer Hand in die nächste. Die Willen unzähliger Menschen werden gesammelt. Die notwendigen Utensilien und Rituale. Sehr interessant. Letztendlich eine Art naive Magie mit praktischem Nutzen. Aber diese Funktion hängt sicher noch mit dem Ursprungs an. Laut den Aufzeichnungen sollten die Teilelemente als Kreis mit vier Ortanten und Baum der Ausströmung geschrieben werden. Fließt von der Wurzel zum Zentrum des Kreises. Eingeschlossen von den Kreis ist abgeleitet von das sehr wie Kuchenkruste und Kuchenfüllung. Diese Metapher würde Jakob sicher interessieren. Für die niederen Leute könnte das etwas hochtrabend sein. Wir haben die ungefähre Lage der antiken Siegel ermittelt. Wenn die Aufzeichnungen stimmen, soll es möglich sein, die genaue Position des Siegels zu finden. Der Standort der vier Elemente müsste sich auch ableiten lassen. Solange eine Ecke und die Konten berechnet werden, können. Ich habe die Mitglieder des Forums an verschiedene mögliche Punkte geschickt. Eigentlich müssten wir Spuren von diesen hochentwickelten, dichteren Quellen und Leitungskernälen finden. Ich lache mich tot. Das Geheimnis, dass diese vergangene Zivilisation so entschlossen beschützt hat, ist nichts weiter als, naja, was wir als Kinder schon unzählige Male erlegt haben. Die Abdrücke der Steinplatten könnten die Kalkulation bestätigen. Zum Auftakt der Apokalypse wird das mehr Gerüchte und aufsässige Stimmen gegen das Forum. Okay, zum Auftakt der Apokalypse wird das mehr... Hm, hm, hm. Naja, die Apokalypse rückt ja sowieso schon in Version 4.1. Im Akkontenauftrag Nummer 4. Dann ja sowieso schon ein bisschen näher. So, viel sei schon mal dahingesagt. Aufgrund des Titels. So, Seite 9. Die Verbindung zwischen Ursprung und Jetzt. Seine Funktion auflösen, umkehren und internalisieren. Dort vervollständig kontrollieren. Eine Hochzeit der Chemie, eine Fusion der Elemente. Ein Ruinenzirkel, ein Wald im Spiegel. Lyris und Jakob wurden geschickt. Der größte Teil ist geschmolzen, bevor ich es verstehen konnte. Sehr interessant, aber... Irgendwie fehlt da, glaube ich, noch was. Die Inhalte setzen sich weiter und aus unverschändigen Zeichen und Buchstaben, alten Sprachen und geometrischen Figuren zusammen. Aber wenn man sich konzentriert, dann scheint die Inhalte... Dann scheint man die Inhalte allmählich verstehen zu können. Hm. Interessant. Aber ich denke, wir sollten als allererstes mal nach einer Pause wieder gehen. Vielleicht treffen wir dort jetzt sogar auch auf Anne und Seymour. Weil so wie das Ganze jetzt, der Sack, dargestellt wird, fehlt uns immer noch eine wichtige Seite. Äh, Hund, wo zum Henker... Warte mal. Die beiden wollten ja immerhin ja auch noch die andere Mary-Anne ja treffen. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es jetzt richtig ist? Wenn wir versuchen, selbst da noch mal hinzugelangen. Aber bei den letzten Malen hat es ja leider überhaupt nicht geklappt. Daher bezweifle ich eigentlich auch, dass es jetzt klappen wird. Naja, aber eigentlich müssten wir doch jetzt theoretisch das Ganze abschießen können. Seymour trifft der Sack hier in einer Pause. Dann, er sagt, auf die... Also auf das Mary-Anne-Original. Anne kommt dann, er sagt, auch noch zu ein paar Schlussfolgerungen. Und vor allem sollten wir jetzt, er sagt, den Weg rückwärts hier nehmen. Ich bin mir doch eigentlich ziemlich sicher, das müsste doch jetzt funktionieren. Ne, irgendwie klappt das nicht mehr. Also an irgendeinem Punkt mache ich jetzt irgendwas falsch. Oder vielleicht sollen wir, sagt, selbst nicht dorthin gehen. Wäre er vielleicht auch im Bereitsmöglichen. Aber ich hatte es jetzt eigentlich so gedacht, dass wir jetzt selbst auch nochmal dorthin gelangen können. Aber aus irgendeinem Grund scheint das ja nicht zu klappen. Das ist jetzt, sagt, wirklich ein bisschen komisch. Tja, das finde ich jetzt, sagt, wirklich... Ein kleines bisschen komisch. Das Portal ist zwar hier, aber wenn wir das jetzt immer benutzen wollen, betreten wollen, dann landen wir, sagt, immer wieder am Anfang. So, als würde das Ganze jetzt überhaupt nicht mehr funktionieren. Schwierig. Das Einzige, was ich jetzt, sagt, vielleicht nochmal versuchen könnte... Tja, das Einzige, was ich jetzt nochmal versuchen könnte, wäre nochmal zurück zum... Naja, Institut für Naturphilosophie gehen. Dann, sagt, nochmal zu dem Raum des Narzissenkreuzes. Moment, wieso sind wir jetzt eigentlich hier? Warte mal, das ist jetzt eigentlich der richtige Teleportationsraum? Aber ich bin mir, sagt, trotzdem nicht so ganz sicher, ob das jetzt, sagt, sinnvoll ist, was ich jetzt hier mache. Ich glaube, das ist eher eine Zeitverschwendung. Aber wir können, sagt, selbst wie man hier jetzt sehen kann, nicht nach einer Pause zurückkehren. Nicht zu dem Ort, wo Mary Ann war. Nee, wir können zwar jetzt hier hin, aber... Es hat jetzt aktuell keinen Zweck für uns. Aber genau der Bereich, wo wir jetzt eigentlich ja... Oder wo wir ja sowieso eigentlich ja Mary Ann getroffen haben, genau den Bereich können wir ja sowieso nicht mehr betreten. Also, wo genau sollte ich dafür denn jetzt hin? Oder anders gesagt, können wir die Quest jetzt überhaupt beenden? So, aktuell bin ich ein bisschen ratlos. Oder ist das Ganze vielleicht jetzt was für die nächste Version? Obwohl, das hat hier, sagt, auch schon ein paar anderen Sachen gesagt. Aber das hat sich dann ja am Ende ja sowieso als falsch herausgestellt. Was ich dann so gesagt hatte. Ich hatte ja zu Anfang ja auch gedacht, dass die Geschichte mit Simo und dem Narzissenkreuz eigentlich ja auch eine Sache wäre für Version 4.1. Und was hat es jetzt eigentlich, er sagt, hier mit der... Warte mal, die ausgetrocknete Muschelschale. Ein uraltes Muschelgefäß, das vielleicht auf eine noch ältere Zivilisation zurückgeht. Ich glaube, wir müssten, er sagt, damit jetzt irgendwas anstellen. Wir müssten dann, glaube ich, als nächstes herausfinden, für was für eine Weltquest diese Muschelschale zu gebrauchen ist. Hm, vielleicht bringt uns das dann ja weiter. Tja, könnte auf jeden Fall doch sein, dass er, er sagt, dieses Muschelgefäß uns bei irgendeiner Quest weiterhelfen kann. Ach ja, bevor ich, er sagt, das Ganze jetzt hier vergesse. Eine Sache wollte ich jetzt ja sowieso noch zeigen. Ich habe ja auch sowieso zwei unserer alten Melusienfreunde. Na, er sagt ja auch nochmal, als ich, er sagt, ein paar tägliche Missionen gemacht habe, auch nochmal an einer Ecke gesehen. Hatte ich dann allerdings nicht angesprochen, weil ich nicht sicher war, ob das vielleicht irgendwas auslösen würde. War zwar keinerlei Ausrufezeichen dabei, aber... So, jetzt muss man überlegen, wo... Da drüben, ja. Da sind die beiden, ja. Mamer und, äh, die andere. Ah, nein, doch nicht. Mela und Leuka, das sind die andere. Du kannst jetzt auf einen Besuch in die Stadt kommen. Wir heißen dich immer willkommen. Jawohl, wenn mir in Merosea mal langweilig wird, treffe ich mich mit euch in der Stadt. Übrigens, letzter Zeit war der Seewind recht stark und ich habe dauernd einen kalten Nacken. Ich würde mir gerne einen Schal nähen. Was hältst du von schwarz? Nacht ist das Meer schwarz und es beruhigt uns Melusien. Das klingt nicht schlecht, aber wenn es nach mir ginge, würde ich mich passend zur Kleidung für Blau als Farbe entscheiden. Aber natürlich ist das dein Schal, Leuka. Und die Entscheidung liegt bei dir. Ja, Melusien, die über einen Schal reden. Ernsthaft? Einige Melusien haben, sagt, wirklich eine Sprachausgabe... nicht Sprachausgabe, sondern eine Synchro. Erhalten, aber dann wiederum werden diese Synchronisation bei anderen Sachen überhaupt nicht benutzt. Hm. Tja, aber... Jetzt muss ich das auch wirklich mal überlegen, was mache ich jetzt als nächstes? Also, ich denke, wir teleportieren uns erst mal wieder mal zurück am Hof von Fontaine. Und vielleicht finde ich dann, er sagt demnächst dann sowieso auch noch ein paar Antworten darauf, wo denn die nächsten Quests in Bezug auf das Narzissenkreuz weitergehen. Denn jetzt aktuell bringt mir... Naja, an der Pause ist nix. Wir können, sagt Mary Ann, nicht wieder ein weiteres Mal besuchen. Wir haben ja eigentlich sowieso auch den richtigen Weg genommen. Denke ich eigentlich. Aber es hat nix gebracht. Oder müssen wir dafür eine bestimmte Reihenfolge machen? Tja, darüber muss ich mir... Also, darüber muss ich mir jetzt erst wirklich mal wieder ein bisschen schlau machen. Ansonsten sage ich dann jetzt erst mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und ciao. Entweder machen wir im nächsten Part ja, die Foto-Quest, also das Foto-Mini-Event. Oder vielleicht haben wir schon irgendwas anderes zu tun. So oder so, sage ich jetzt erst mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ciao. Ja. Ja. Vielen Dank.